Während des spirituellen Erwachens erleben wir nicht nur tiefgreifende Veränderungen in uns selbst, sondern beobachten auch Veränderungen in unserem Äußeren, insbesondere in unserer körperlichen Erscheinung. Diese Veränderungen können unerwartet und sogar beängstigend sein. Sie fragen sich vielleicht, was los ist, ob das alles normal ist. Wenn Sie sich mit dieser Situation identifizieren, wird Ihnen dieses Video helfen, diese seltsamen Veränderungen, die Ihr Körper durchmacht, besser zu verstehen. Eines der auffälligsten und merkwürdigsten Anzeichen eines spirituellen Erwachens ist die Veränderung der körperlichen Erscheinung. Dieser Prozess kann durchaus sichtbar sein und ist von Person zu Person unterschiedlich. Während des spirituellen Erwachens erleben manche Menschen oft einen schnellen Gewichtsverlust. Dies geschieht, weil sich im Laufe der Zeit im Körper gespeicherte Traumata aufzulösen beginnen und stagnierende Energie verarbeitet wird. Dieses Phänomen ist eine Folge der inneren Transformation, die die Person durchläuft und die sich äußerlich im Körper widerspiegelt. Darüber hinaus kann es zu vorübergehenden Veränderungen des Aussehens kommen, beispielsweise zu einer vorübergehenden Gewichtszunahme. Während des spirituellen Aufstiegsprozesses kann es vorkommen, dass der Körper vorübergehend Wasser zurückhält. Wasser ist ein ausgezeichneter Energieleiter und während sie diese energetischen Veränderungen durchlaufen, speichert ihr Körper Wasser, um den Prozess zu erleichtern. Sobald der Aufstiegsprozess abgeschlossen ist, gibt der Körper dieses Wasser ab und stellt so das Gleichgewicht wieder her. Veränderungen der Körperzusammensetzung entsprechen nicht unbedingt einer ästhetischen Verbesserung herkömmlicher Maßstäbe, sondern vielmehr einer tieferen Ausrichtung auf das wahre Wesen des Menschen. Die körperlichen Gesichtszüge können weicher werden, die Haut beginnt mit besonderer Kraft zu strahlen und der Gesichtsausdruck kann gelassener und gelassener werden. Diese Metamorphose ist oft mit inneren Reinigungsprozessen verbunden, bei denen der Körper Giftstoffe ausscheidet, die sich durch jahrelangen Stress und unterdrückte Emotionen angesammelt haben. Darüber hinaus können diese Veränderungen auf ein größeres emotionales und spirituelles Gleichgewicht hinweisen, was zu einem gesünderen und harmonischeren Erscheinungsbild führt. Obwohl sie seltsam oder unangenehm erscheinen mögen, sind diese körperlichen Veränderungen während eines spirituellen Erwachens normal. Ihr Körper arbeitet intelligent und weiß genau, was in diesem Prozess zu tun ist. Sie können nicht viel tun, um diese Änderungen zu kontrollieren. Das Wichtigste ist, dass sie ihre spirituelle Arbeit fortsetzen, die Energie verarbeiten lassen und darauf vertrauen, dass die angeborene Intelligenz ihres Körpers sie auf dieser Reise der spirituellen Transformation führt. Während dieser Zeit bemerken sie möglicherweise mehrere andere Veränderungen in ihrem Körper. Ihre Haut sieht möglicherweise klarer und gesünder aus, was darauf hindeutet, dass sich ihr Körper reinigt und sich an das neue Energieniveau gewöhnt, das sie erreichen. Ein Zeichen dafür, dass der Körper Giftstoffe ausscheidet, ist die Stärkung von Nägeln und Haaren, was auf eine Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands hinweist. Darüber hinaus bemerken sie möglicherweise eine Steigerung der sensorischen Empfindlichkeit, wobei Gerüche, Geräusche und Geschmäcker intensiver werden. Das liegt daran, dass ihr Körper und ihr Geist sich angleichen und sensibler für die Energien um sie herum werden. Ein weiterer faszinierender Aspekt beim spirituellen Erwachen ist die Veränderung der Augen. Dieses Phänomen kann überraschend und faszinierend sein. Wenn wir alte Traumata heilen und negative Glaubenssätze beseitigen, setzen wir über die Jahre angesammelte dichte Energien frei. Eine der sichtbaren Manifestationen dieser Transformation ist die Veränderung des Aussehens der Augen, die heller und lebendiger werden können und den inneren Zustand der Heilung und Erneuerung widerspiegeln. In manchen Fällen kann sich sogar die Augenfarbe ändern. Menschen mit braunen Augen bemerken möglicherweise, dass die Farbe heller wird und sich einem Bernstein-Ton annähert. Obwohl diese Veränderung nicht unbedingt dauerhaft ist, deutet sie auf eine größere spirituelle Öffnung und Bewusstseinserweiterung hin. Eine faszinierende Augenveränderung, die manche Menschen erleben, ist die Erweiterung ihrer Pupillen in Momenten tiefer Meditation oder spiritueller Verbindung. In diesen erhöhten Bewusstseinszuständen können sich die Pupillen ungewöhnlich weiten, was den Augen ein geheimnisvolles, tiefes Aussehen verleiht. Dieses Phänomen spiegelt die Öffnung der Wahrnehmung und die Verbindung mit höheren spirituellen Dimensionen wider. Zusätzlich zu den körperlichen Veränderungen bemerken viele Menschen eine Veränderung im Ausdruck ihrer Augen. Während wir auf unserem spirituellen Weg voranschreiten und Mitgefühl und inneren Frieden kultivieren, können die Augen eine tiefere Gelassenheit und ein tieferes Mitgefühl widerspiegeln. Der Look wird wärmer und einladender und vermittelt ein Gefühl der Liebe und Verbundenheit mit anderen. Man sagt, dass die Augen der Spiegel der Seele sind und beim spirituellen Erwachen wird diese Wahrheit noch deutlicher. Diese Aussage trifft besonders zu, da die Augen nicht nur ein Fenster zu unserem physischen, sondern auch zu unserem emotionalen und spirituellen Zustand sind. Wenn sie alte Traumata und einschränkende Überzeugungen loslassen, spiegelt sich diese innere Klarheit in ihren Augen wieder und macht sie zu einem Spiegel ihrer Transformationsreise. Die Menschen in ihrem Umfeld bemerken diese Veränderung möglicherweise, und spüren durch ihre Augen eine tiefere Verbindung zu ihnen. Eine weitere bemerkenswerte Veränderung der Augen während eines spirituellen Erwachens ist die gesteigerte Wahrnehmung. Möglicherweise bemerken sie Details, die zuvor unbemerkt blieben, sehen die Schönheit in den kleinen Dingen und spüren eine tiefere Verbindung zur Welt um sie herum. Diese Veränderung der Wahrnehmung kann mit einer größeren Sensibilität für Licht und Farben einhergehen, als ob die Welt um sie herum lebendiger und lebendiger wäre. Diese Veränderungen in den Augen und der Wahrnehmung gehen mit einem Gefühl der Erneuerung und inneren Klarheit einher. Während sie ihre spirituelle Reise fortsetzen, dienen diese sichtbaren Zeichen als ständige Erinnerung an ihren Fortschritt und ihr Wachstum. Es ist ein Prozess des inneren Aufblühens, der sich nach außen widerspiegelt und eine neue Sichtweise auf die Welt und die Interaktion mit ihr ermöglicht. Während des spirituellen Erwachens ist es üblich, eine stärkere Verbindung mit ihrem Inneren Selbst und dem Universum zu erfahren. Diese innere Ausrichtung manifestiert sich äußerlich auf vielfältige Weise, und die Augen sind einer der ersten Orte, an denen diese Veränderung sichtbar wird. Zusätzlich zu den körperlichen Veränderungen vermittelt der Ausdruck ihrer Augen die Entwicklung ihrer Seele und spiegelt den Frieden, die Weisheit und das Mitgefühl wieder, die sie in ihrem Inneren kultivieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der beim spirituellen Erwachen oft übersehen wird, ist schließlich die Veränderung der Körperhaltung. Die Art und Weise, wie eine Person sich positioniert und bewegt, kann ihr spirituelles Wachstum und ihre Verbindung zu ihrem Körper und ihrer Umgebung widerspiegeln. Wenn Menschen auf ihrem spirituellen Weg vorankommen, werden sie sich ihres Körpers und ihrer Körperhaltung oft bewusster und zeigen eine zentriertere und ausgeglichenere Präsenz. Möglicherweise stellen sie fest, dass sich diese Menschen aufrechter und bewusster positionieren, was ein Zeichen dafür ist, dass sie mehr Wert auf Selbstfürsorge und körperliche Ausrichtung legen. Eine aufrechte Körperhaltung verbessert nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern vermittelt auch mehr Selbstvertrauen und Glaubwürdigkeit. Wenn eine Person eine aufrechte Haltung einnimmt, strahlt sie eine stärkere, selbstbewusstere Präsenz aus und beeinflusst positiv die Art und Weise, wie andere sie wahrnehmen und mit ihnen interagieren. Neben einer aufrechteren Körperhaltung kommt es bei vielen Menschen auch zu Veränderungen in der Art und Weise, wie sie sich bewegen. Wenn sie sich tiefer mit ihrem Körper und ihrem Atem verbinden, können ihre täglichen Bewegungen leichter und achtsamer werden. Dies kann sich in langsameren, kontemplativeren Spaziergängen im freien, sanfteren, gezielteren Gesten oder einer stärkeren Verbindung zu körperlichen Aktivitäten wie Tanzen und anderen Formen des körperlichen Ausdrucks äußern. Diese Veränderungen in Haltung und Bewegungen spiegeln eine größere Präsenz im Körper wider. Wenn Menschen sich ihres physischen Wesens bewusster werden, entwickeln sie eine größere Sensibilität für die Empfindungen und Energien, die durch den Körper fließen. Dieses gesteigerte Bewusstsein ermöglicht eine tiefere Verbindung mit Intuition und innerer Weisheit. Während eines spirituellen Erwachens ist diese neue Haltung und Bewegungsweise nicht nur ästhetisch oder mechanisch, sondern stellt eine tiefere Ausrichtung zwischen Körper, Geist und Seele dar. Eine aufrechte Haltung kann als körperlicher Ausdruck innerer Integrität und Ausrichtung auf die persönliche Wahrheit angesehen werden. Bewusste, anmutige Bewegungen können auf eine Eingewöhnung in den natürlichen Lebensrhythmus und eine größere Harmonie mit der Umgebung hinweisen. Diese Transformation der Körperhaltung kann auch durch spezifische Praktiken wie Yoga, Tai-Chi oder andere Disziplinen begleitet werden, die das Körperbewusstsein und die Geist-Körper-Integration fördern. Diese Übungen tragen dazu bei, die Verbindung zum Körper zu stärken, die Körperhaltung zu verbessern und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. Darüber hinaus fördern diese Aktivitäten tiefes Atmen und Meditation, die für spirituelles Wachstum von entscheidender Bedeutung sind. Eine weitere positive Folge der Verbesserung der Körperhaltung und des Körperbewusstseins ist die Steigerung der Lebensenergie. Wenn die Haltung korrekt ist, fließt die Atmung freier und das Kreislaufsystem funktioniert effizienter, was zu mehr Energie und Vitalität führt, die für die Aufrechterhaltung der spirituellen Reise unerlässlich sind. Wenn Menschen sich ihres Körpers und ihrer Körperhaltung bewusster werden, beginnen sie möglicherweise auch, den Signalen ihres Körpers mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Eine größere Körperwahrnehmung ermöglicht es den Menschen, diese Signale effektiver zu erkennen und darauf zu reagieren, was zu einer besseren Gesundheit und einem ausgeglicheneren Leben führt. Spirituelles Erwachen ist eine tiefgreifende und transformierende Reise, die sich nicht nur in unserer inneren Realität, sondern auch in Veränderungen in der körperlichen Erscheinung manifestiert. Veränderungen der Körperzusammensetzung, der Augen- und der Körperhaltung sind nur einige Beispiele dafür, wie dieser Prozess unseren physischen Körper auf überraschende und oft unerwartete Weise beeinflussen kann. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese Veränderungen kein Grund zur Angst oder Sorge sein sollten. Vielmehr sind sie Zeichen tiefgreifenden spirituellen Wachstums und einer größeren Verbindung zu unserem Wesen und dem Universum. Wenn wir diese Veränderungen annehmen und uns in unsere spirituelle Reise integrieren, können wir in allen Aspekten unseres Lebens, sowohl intern als auch extern, mehr Harmonie und Wohlbefinden erfahren. Kurz gesagt, während des spirituellen Erwachens kann unser physischer Körper bedeutende Veränderungen durchmachen, die unser inneres Wachstum widerspiegeln. Ein schneller Gewichtsverlust oder eine schnelle Gewichtszunahme, Veränderungen der Augenfarbe und Helligkeit, sowie eine aufrechtere und bewusstere Körperhaltung sind einige der äußeren Anzeichen dieses Prozesses. Diese Transformationen sind normal und weisen auf eine tiefere Ausrichtung auf unser wahres Wesen hin. Es ist wichtig, diese Veränderungen nicht zu fürchten, sondern sie als einen natürlichen Teil unserer spirituellen Entwicklung zu betrachten. Indem wir unserem Körper erlauben, seine angeborene Weisheit zur Energieverarbeitung zu nutzen, können wir in allen Aspekten des Lebens einen Zustand größerer Ausgeglichenheit, Harmonie und Wohlbefinden erreichen. Diese körperlichen Veränderungen spiegeln unseren spirituellen Fortschritt und eine stärkere Verbindung mit dem Universum wieder und zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg zu tiefem und bedeutendem Wachstum sind. Ich würde gerne wissen, ob Sie dieser Liste noch etwas hinzufügen würden. Gab es irgendwelche körperlichen Veränderungen, die Sie während Ihres spirituellen Erwachens bemerkt haben? Oder haben Sie einige der Änderungen, die ich im Video erwähnt habe, bereits erlebt? Ich hoffe, dass alle diese Informationen für Sie nützlich waren. Vergessen Sie nicht, ein Like zu hinterlassen, wenn es Ihnen gefallen hat. Abonnieren Sie den Kanal und teilen Sie dieses Video mit Ihrer Familie und Freunden. Ich werde im nächsten Video auf Dich warten. Frieden, Wohlstand und Fülle für Sie! Auf Wiedersehen! Through you! asse